Moin Leute! Es ist ein wunderbarer Tag, denn Stems ist rausgekommen für den Prime 4 Plus. Zwar nur in der Beta, aber ich konnte es natürlich nicht lassen, mir das trotzdem runterzuladen. Machen wir das Teil mal an. Es ist abgedatet und da steht es, this version is in Beta, do not use in live scenario. Ich weiß nicht, ob ich es lassen kann. Aber ja, die haben mich gewarnt, auf jeden Fall. Mir ist es jetzt noch nicht abgestürzt. Sagen wir mal so. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Laden wir mal einen Track rein. Aber erst mal müssen wir es aktivieren hier. Ich ziehe mal runter. Hier ist Stems. Da müssen wir aktivieren. So, jetzt haben wir Stems. Ich zeige euch das einmal, wie lange das dauert. Ihr zum Beispiel mit Stay With Me, die habe ich jetzt noch nicht berechnen lassen. Jetzt habe ich die da reingeladen und jetzt fängt er an zu rechnen. So, und dann kann ich jetzt noch nicht hier nur Instrumente machen, weil hat er noch nicht berechnet. Dauert noch. Und da sehen wir schon den Ladebalken. Ja, dauert schon. Das ist jetzt hier so ein 3-4 Minuten Track. Ja, 3,50 ist der lang. Stay With Me. Und, ja, ihr seht jetzt, wie lange es dauert, ne? Dauert seine Zeit. Jetzt ist er hier. Wir können aber wahrscheinlich schon... Ja, solange die Anzeige hier schon drüber ist, können wir schon anfangen, das zu spielen. Das ist ganz cool. Und hier seht ihr auch schon die Qualität. Man hört die Vocal noch so ein bisschen... Okay, jetzt ist tatsächlich ganz gut weg. Man hört sie noch so ein bisschen rumfispern. Das ist jetzt nur Vocal. Ja. So, wir können ja mal einen wirklichen Anwendungspfeil nehmen. Links machen wir Unholy. Wir können ja mal Disco-Disco-Partisane machen hier. Der muss natürlich auch erstmal laden. Und ihn müssen wir mal hier vor dem Bild ab. Da machen wir mal Cue-Point rein. Ja, da können wir mal... Gut, da machen wir mal den Key rein, kurz vorm Drop. Und dann... Disco-Partisane. Da starten wir natürlich nur auf 1. Das ist ein ziemlich einfacher. Disco-Partisane. Da beginnt er hier. So, der ist ja schon hier analysiert. Also machen wir mal... Ja, ein bisschen Hintergrund haben wir noch. Okay. Okay. Ja, das war's von hier. Also ich find's geil. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich nicht mache. Also ich denke, ich werd das schon aufs Gig mitnehmen. Na ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier weiter zuzugucken. Und ja, haut rein. Ein bisschenarschicht. Das war's von fünf? Ja, ich hoffe, das war's,